Willkommen beim Duell um Alicante. Im ersten Aufeinandertreffen geht es heute zwischen Thomas Gröginger und Marvin Potzmann gegeneinander im Parkourlauf. Los geht's! Auf die Plätze, fertig, los! Okay, 1-0 Potzmann! Im zweiten Duell geht es um Schnickschnack-Schnuck. Auf die Plätze, fertig, Schnuck! Nächstes Duell bald direkt vom Mittellanstoß ins Tor herunterzubringen. Wir starten mit Thomas Gröginger. Die Plätze! 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 Mit dem Ball in den Mistköbel runterzubringen und das natürlich direkt! Direkt. Kannst du das machen, gell? Kurze Stadt. Hallo? Die Lehrerin sagt, wenn du schon Kinderlein, Kinderlein, nimmst du vorne irgendwas an ein altes Gegenstand von zu Hause mit. Ja, extra. Den hat Franzi. Oder den Hammer mitnommen. Ja, Franzi. Den Körter haben wir. Ja, den Papa. Ja, was macht der Papa damit? Ja, den Nägel nicht. Ja, so. Die Susi sagt, ja, Susi, was hast du mit? Ja, ich hab einen Kochlöffel mit. Ja, den Körter Kochlöffel. Ja, der Mama. Ja, was macht Mama damit? Ja, die tut Kochlöffel. Ja, super. Obwohl ich fertig genug, der Franzi noch nicht. Franzi, was hast denn du noch mitgenommen? Ja, Sauerstoffflacht. Wie gern die? Ja, Opa. Was hat der gesagt? Ja. Ocma verloren. Herzlichen Glückwunsch. Warum Ocma? was willst du machen? Ja, ich werd in den Pool gehen und schwimmen. Das wird sein. ARD Text im Auftrag von Funk